So, und hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Runde UNO. Mit mir Justin. UNO! Ich kann Spanisch sprechen. UNO! Ja, und mir, Cedric. Ja. Komm Justin, Teamplay. Jetzt leg noch eins zurück. Boah, aber wir sind nicht in einem Team, man. Ja, aber hallo, nur gegen die KI. Wir ficken die KI. Wir tun so, als ob wir ein Team sind. Wir spielen miteinander. Bisher richtig chillig. Und hoffentlich werden... Der hat kein Geld. Der kann mal bis zu 99 Karten ziehen, wenn es sein muss, ne? Mhm. Oh. Null. Aber wir tauschen alle? Ach nein! Nein, bei null tauschen wir mit allen. Bei sieben darf er aussuchen, mit wem er tauscht. So, dann tauschen wir noch mal. Ja, ich will noch mal tauschen, ich will mal ne Karte wieder haben. Ja. Lass den mal legen, dann tausche ich mit dem. Dem darf ich aussuchen, ja? Ja, da darfst du aussuchen. Ist richtig lustig so. Ich möchte meine Karten wieder zurück. Rot. Scheiße. Tue was dagegen. Ich habe kein Rot. Was willst du, ne vier oder ne sieben? Äh, sieben. Jetzt? Äh, es tauscht mir die unten in die Karten. Ich kann auch ne sieben legen. Kann ich. Ja, aber zwei. Jetzt halt meine wieder. Ja. Jetzt nimm du die. Was machen wir am Plan? Aber jetzt hast du keine Gelben, oder? Nein. Ah, ich hab rot und blau. Außer die muss auch ziehen, das ist bitter. Ja, ich... Ah, jetzt hab... Ich muss, sorry, ich konnte nichts anders legen. Boah. Ich kann... Ich hab das vom Auto behalten, ich konnte nichts machen. Oh, ich muss immer noch... Oh, nicht mehr. Ich muss nicht mehr ziehen. Ich dachte jetzt, dass ich jetzt immer noch ziehen muss. Und wenn die ja nicht UNO sagen selbst, dann muss man ja nicht ziehen. Ich glaube, das musst du sogar im Game machen. Ja, dann musst du draufdrücken auf so'n UNO-Knopf. Hurensohn! Hat er nicht gesagt. Hahaha. Wie, ich darf nicht legen, wenn ich vier ziehen muss. So frech. Nein. Ich weiß nicht, ob das ne Einstellung ist, die ich nicht kenne. Aber richtig ruhige Runde hier. Hahaha. Äh. Eingestellt, jetzt muss ich ziehen. Das wär ich aus hier. Ey. Ah. Ja. Ja. Ah, du willst gelb. Bin mal zurück. Oh, gut so. Hast du gut gemacht. Ich hab noch eins. Hahaha. Das war mein ganzer Plan. Hahaha. Soviel zum Thema. Kann man die Echte tauschen? Äh. Ja, wenn du hast. Ja, ich hab. Ja, dann tausch, wenn du willst. Guck mal, als wir rot kriegen. Ich hab nur noch gelb und blau. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir können jetzt Span... Wir können jetzt endlich Spanisch. Oh nein. Oh nein. Oh du Wichser. Voll das Teamplay hier. Hahaha. 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 Du hast nicht UNO gesagt. Ja, du hast nicht UNO gesagt. Nein, musst du 2-10. Ich hab mich gefickt. Das hat nicht UNO gesagt. Oh. So geil. Hahaha. Hahaha. Wie UNO. Klaus mir meine Karten und dann gibt nicht mal der Plan auf. Hahaha. Soviel zum Thema Teamplay. Hahaha. Jetzt geht's auf die Schönen Spots Teamplay. Wer nicht UNO sagt, dann schau's denn, Mann. Hahaha. 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 Immer noch. Immer noch. Hahaha. 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 Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich bin Nummerblatt. Hahaha. 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 Was ist hier wieder gesetzt? Hahaha. Das reicht nicht. Hahaha. 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 Ja, ich hab' jetzt halt meine 7 noch. Hahaha. 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 Oh, Fick mich nicht. Gern. Jetzt 18 Karten. Hahaha. Ach komm. Oh, ich hab' ich... Oh, ich hab' nichts zum Legen. Verdammt. Ich wollte jetzt die Richtung wechseln, wenn ich so lieb soll, aber ich hab' kein Gelb. Ja, aber jetzt... Tauschen wir mal, ne? Boah, du Wichser. Hahaha. Hahaha. Du Wichser. Hahaha. 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 Oh. Oh, dick move. Wie gelb. Wie gelb. Wie gelb. Ich hab' keine Gelb. Hahaha. 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 Lucky me. Oh, Fick dich, Digger. Hast du was zum 4er weiter... Plus 4 weiterzuleiten? Dann, hast du was zum Plus 4 weiterzuleiten? Nein. Okay, das ist problematisch. Hahaha. Wie magst du das jetzt so weitergehen? Wir spielen nur in uns. Hahaha. Scheiße, ich hab' leider nichts. Ich brauch' mal dringend ne Blau. Hahaha. 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 Oh, ich brauch' Blau, Digger. Ptsch. Er wechselst mal auf Blau. Okay. Oh, Fick dich. Jetzt kann ich nicht ziehen, du Wichser. Du wolltest auf Blau. Ja, aber doch nicht so. Ja, ich leg' gleich nochmal Blau. Guck mal, jetzt da bist du wieder da. Hahaha. 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 Mein ganzer Plan ist aufgegangen. Hahaha. Hahaha. Alter, der hat einfach eiskalt 17. Hahaha. Hahaha. Sind da nicht verarschen? Hahaha. Viel Spaß mit 60k. Hahaha. Ach, du Wichser. Hahaha. 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 Viel Spaß damit, Anna. Ich hab' noch nicht eine einzige Null. Hahaha. 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 Allein wir auf... Hahaha. Ich auch nicht. Hahaha. Oh, ich hatte schon Angst. Hahaha. Hey. Hahaha. Hahaha. Kröscherl, Wichser. Ja, du hast gesagt, wir spielen auf Team. Pfff. Naja. Hahaha. 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 Achja, wenn jetzt jemand die gleiche Nummer glaub ich hat, kannst du dazwischenlegen. Also da gibt's ne Einstellung dafür, dass das geht. Aber haben wir nicht gemacht. Zwischenlegen. Ja, ich weiß auch nicht, warum das ausgegraut war. Wahrscheinlich muss man die erste Partie so spielen. Ist doch grad ne richtig ruhige Runde. Müssen wir die Farbe wechseln. Ja, wenn du mir wieder in den Rücken fällst. Ne, ja, jetzt guck, der hat nämlich ganz gegelb auf der Hand. Ja, sehr gut. Dann wechseln halt auf die Farbe. Na, das ist sechs. Wow, danke. Du musst noch Farbe wechseln. Ja. Wow. Oh, fick dich. Du. Ich brauch gelb. Ich hab ganz viel gelb auf der Hand. Ich hab, ich hab unspeis und so viel Geld auf der Hand. Gib mal gelb und ich fick den. Oh no. Oh no. Wir müssen, du. Warte das, ich fick sie. Leg mal, leg mal bitte was gelbes. Unspeis. Ich hab nichts gelbes. Ich hab nichts gelbes. Leg irgendwas. Ich hab nichts. Ich hab das. Ja. Nice. Oh. Ah, wir haben noch einen. Wenn der gewinnt, ist vorbei. Ja. Ja. Ha. Ha. Ist natürlich schlecht, ne? Ha. Weil die KI fickt sich gegenseitig. Oh, du bist wieder gefickt. Warum? Warum werde ich immer gefickt? Weiß ich auch nicht, wieso du immer gefickt wirst. Wir haben da schon die meisten Karten. Jetzt fick die zurück. Weißt du, das Problem ist halt einfach. Ich geb jetzt nur Null weg. Oh, das ist, das ist richtig dangerous. Ja. Also wenn du, du musst von Gelb weg. Der, der, der Dusty hat nur Gelb. Gut, ich hab, ich hab nur, ich hab nur Blau. Ich hab keinen einzigen Blau. Hä, wieso, wieso Dusty? Bei mir sind die Ringo und Luna. Lol, bei mir ist es Dusty und Luna. Oh, das ist, äh, Dusty. Dusty, auf jeden Fall der komische, der jetzt gespielt hat. Der hat nur Gelb. Warum willst du denn Gelb? Will ich nicht. Du hast Farbenwünschen. Auf der Hand, weißt du? Guck, ich hab Rot gelegt. Oh, okay. Oh, warum? Was ist denn mit Blau? Wer hat denn Blau? Ich. Warum hätt ich immer gefickt? Hey, hier. Komm, gibts weiter. Ach, schade. Das kannst du gerne mal auf Rot wechseln. Ja, das schörbt mich jetzt nicht so. Danke. Hm. Willst du das KI gewinnen oder was? Du f***st mich ab. Schnelle Runde. Sehr schnell. Schör gerade ran durch den. Come on. Grün ist gut. Aber ich weiß nicht, er hat Rot und Gelb. Wow. Wenn du's auf Rot machst, mach ich ne Null. Wenn du's auf Gelb machst, mach ich ne Null. Ich kann's nicht auf Gelb machen. Ich hab nichts. Ich hab was. Und er hat kein Gelb. Hoffe ich. Boah, Blau. Boah. Er hat entweder Gelb oder Rot gehabt. War jetzt vorbei. Ja, gut. Wow. Ja, viel Spaß. Es wird ne lange Runde. Oh no. Ich bin wieder dran. Boah. Ich könnte jetzt gamblen. Hat er Gelb? Weiß ich nicht. Mach einfach das so. Vier Sekunden. Alter. Hehehehehe. Dieses Spiel endet nie. Ne. WTF? Soll der Wild entwicklen? Ja. Boah. Ich brauch das auf Rot. Ich will ne Null legen. Obwohl ne Null lohnt sich gar nicht. Tja. Hier, Kollege. Hm. Jetzt mal die Plus 2 behalten. Arme L Dusty. Wow. Man, ich mochte meine Karten. Das sind richtige Scheißkarten. Ja, und er hat noch einen Justin. Viel Spaß. Oh, leck mich doch fest. Oh, ich darf jetzt nicht mal legen, ey. Hier, Justin ist gleich mal wieder dran. Hm. Oh. Ich hab 15 Karten. Und du hast gleich 19. Was? Warum ich? Ich verstehe auch nicht warum du. Aber wir spielen gleich mal die 99 Karten Challenge. Ah, fick dich. Ja, ich hab ja jetzt genug auf der Hand, ne. 18 Karten, ja. Schon ein bisschen hart. Hast du gerade gesagt, fick dich? Nein. Oh, fick dich. Was? Das ist ja ein Gewicht. Oh. Alter. Weil ich so fair bin, hier. Aber du bist ja, du bist ja eine Liebe, ey. Ja, ich sag ja nicht sowas, wie du immer zu mir sagst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir müssen mal die Bots aufpassen. Die sind grad... Okay, die sind auch... Die ziehen halt immer scheiß, aber trotzdem. Die sind aber nicht ganz dumm, ey. Nein. Oh nein. Der Bastard, der zieht nur fairer. Der zieht nur Pluskarten. Merk schon, es gibt gar keine mehr. Ja, mir tauschst du nicht jetzt. Ich hab so viele. Ne, du. Lass mal. Aber er vielleicht mit dir. Achtung, er hat eine Plus-2-Ziel-Karte, also. Ich muss dich drauf anlegen. Aber das ist eine lange Runde. Ja, in einer Farbe bleiben, vielleicht? Nein, der Dusty möchte es nicht in der KI-Ringo. Boah, leg mich! Ich freu mich. Ich hatte jetzt voll den Durchblick. Wie, eigentlich hast du von ihr mal die Karten gehabt, so. Ja, ja, ich bin voll die Dorfmatratze gerade. Ich fühl mich auch mega dreckig. Ey, ist okay. Ey. Ey. Oh Gott. Ne 7 wäre mit Steba wie ne 0, ey. Aber ohne Scheiß könnte mal El Ringo bei einer Karte bleiben. Bei einer Farbe. Ohne Scheiß, da wechseln die immer. Boah, fick dich. Scheiß war nicht meins. Ich meine auch nicht dich. Also ich muss darauf achten, wenn er nicht Dings macht. Oh nein. 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 Das ist doch richtig dumm. Wow. Du darfst kein Grün machen. Er hat ne Grüne. Wir müssen Grün wegmachen. Du darfst nicht Grün legen. Du musst irgendwas machen, dass Grün wegkommt. Danke. Sagst Danke und musst ziehen? Ja, ich hab mit ihm getauscht. Sonst hätte er... Ich hab noch ne Rose gehabt. Hm. Er hat zu Rot gelegt, hätte ich gewonnen. Er hat auf jeden Fall Blau gehabt. Ja, nice. Ja, ich hab wieder Karte. Boah, geht ja grad richtig Züge hier. Ach, Bastard. Mach mal Blau. Hab ich nicht. Ich hab nur noch eine Farbe. Hoffen wir mal, dass es nicht Blau ist. Boah. Ah, zieh noch ein bisschen. Oh, hoffentlich kommt jetzt keine Sieben oder keine Noll. Wow. Okay. Hab ich nichts dagegen einzuwenden. Oh doch, jetzt schon. Bleib mal bei Blau. Ach, ich muss... Ich muss die ziehen. Du musst die ziehen. Ja, scheiße. Ach, wechsel ich zurück. Puh. Ich mag meine roten Karten. Ich hoffe mal einfach, dass er weitergeben kann. Oh, fuck off. Aber er kann's ja nicht. Ja, stimmt. Weißt du, deswegen hab ich ja gemacht. Oh, ich geh schon. Ih, Rot. Ich hab nur eine Farbe. Ja, ich hab kein Rot. Das ist natürlich Kacke. Oh, hey. Wir machen jetzt doch über Grün. Du willst, dass ich gefickt werde. Ja, danke. Äh, ja. Wow. Das war richtig Kacke von... Ja, jetzt kannst du spielen. Guck, danke. Na komm, ich bin ja immer bei Rot. Bleib hier. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Wir hat keiner. WoTIF читieren, das macht was. Pfff. Hohohohohohohoho. Warum... Warum ich? 내가 언제! Na ja, got ese. 95 Karten oder was? 99 Karten Challenge! Oh Gott sei Dank, Alter. Bleib mal bei der Farbe, das wär mir ganz recht. Hm, das ist schlecht. Ja, aber ich leg mal die rote wieder auf. Wirklich, ich hab immer noch kein rot. Nach einer Karte direkt legen können. Ja, weißt du schon, wie viel Bieter aus? Jetzt müssen wir rot verhindern. Kann er da rot nicht verhindern. Du musst es mal rot verhindern, bitte. Boah, wir können bei gelb bleiben. Ich fick den, ich fick den Ding. So kann er nicht sein. Wow. Ja! Wow. Das Spiel hat sich, glaube ich, geändert. Unruhexer funktioniert nicht mehr. Wir bedanken uns schon mal fürs Zuschauen, für diese mega lange Runde an Uno. Oh man, ich will noch mehr. So, und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge, so wie es sich anhört. Bis dann, Alter. Bis gleich. Tschüss. Und mich, das ist Angst. Dong, das ist Angst... Ich brauche jetzt das bei dir blocked.